alle hüpp erst mal schalten 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 steiner hirsch von dem haben wir es der letzten gehabt verdammt wieder falsch angefahren hier war mal ein anlieger eigentlich steiner hirsch von dem haben wir es der letzten gehabt Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ah, Adam. Ich hätte die einfache Rute nehmen sollen. Nein, 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 nein. Ah. 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 Ich kenne hier von gar nichts mehr. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Da werden die fette Drops schauen wie es aussieht. Ja. Da standen wir am Anfang vorne dran. Ja, gut. Wie gesagt, alte Angewohnheiten. Damals standen wir da vorne dran und dachten, so steile Dinger werden wir niemals fahren. Und heute lachen wir hier im Video. Ja. 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 Ja.